Monaco, wer schaut's aus? Geht er essen? Na ja, der hat's da gemütlicher, glaube ich. Jetzt geht's los. Die Zeit läuft. Übrigens, die Zeit läuft, wie jemand die normale Zeit wieder haben möchte. Weil viele fragen mich, wann ich denn wieder in Urlaub hab. Ab 16. Oktober läuft's dann wieder auf München TV. Aber bevor das läuft, lauf ich jetzt. Und du bleibst Talker. Da ist Ernie. Grüß dich. Grüß dich. Du bist ein Opfer. Ja, ich weiß es auch nicht. Die kommt eigentlich auf eine Freundin, aber die kommt nicht. Kannst du auch ohne Freundin? Ja, in einem Lego-Logo. Also Nummer eins. Eine haben wir. So, eine hab ich schon. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Steht sie auch an, oder was? Zwei hab ich noch. Ich bin der Anne. Anne, das kann man merken. Vorsicht Kamera, wir dürfen jetzt nicht mehr schmusen, gell? Immer schön kontinuant. Schön kontinuant. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Wie geht das? Ich bin da. Es gibt da. Ich bin da. Was heißt es denn vielleicht auch? Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Vielleicht behavi es noch mal. Die können schon gar nicht mehr aufstehen, da platzt schon das Zirntl. Das passt doch. Das ist in Ordnung. Das ist doch wunderbar. Ach gut. Also dann gehen wir ein Hausweg weiter, oder? Ja, schaut mal, ob ihr noch was Besseres kriegt. Besser nicht mehr, aber ich weiß, der Bodo wird uns ein paar schnell hinausschmeißen, weil wir nichts mehr essen. Ja, der Bodo-Vertrag das schon. Außerdem ein bisschen was Süßes geht immer, oder? Ein bisschen was geht immer. Das hat der Monaco heute in der Früh. Und irgendwas Süßes geht immer. Also Dankeschön, schön war's bei dir. Gerne. Auf geht's. Auf geht's. Juhu. 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 Juhu.